Die KV-Türkensäure Die KV-Türkensäure Die KV-Türkensäure Die KV-Türkensäure Die KV-Türkensäure Die KV-Türkensäure Mein Name ist Elena Sen, ich lehre das KV bei Gilga Door Systems und bin im zweiten Lehrjahr. Ich und Dennis werden euch heute unseren Arbeitsalltag näher bringen. Gilga Door Systems ist weltweit tätig. Wir haben uns auf automatische Türen spezialisiert und verkaufen unsere Türen in über 70 Länder. Hier sieht ihr mich im Moment im Callcenter. Das ist meine aktuelle Abteilung. Ich bin Dennis, mache das KV und bin momentan im ersten Lehrjahr. Momentan bin ich in der Abteilung Export. Meine Aufgabe ist dort hauptsächlich, dass ich Zollpapiere stelle, dass die Ware wirklich schnell beim Kunden ankommt. Was ich super finde an der Firma Gilga Door Systems ist, dass man so viel Abwechslung in diesen drei Lehrjahren hat und im KV kann man so viele verschiedene Abteilungen besuchen. Dadurch kann man sein Grundwissen aufbauen. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in unseren Berufsalltag gehabt. Wenn es euch doch gefallen hat, schickt die Bewerbung jetzt. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.